Herzlich Willkommen bei Farming Direktare 22 Ja Wie ihr wisst, ich habe es gespielt mit dem Duplo von Tanyuk in den letzten Tagen, Wochen und Monaten kommt an, weil ihr das Video geguckt habt aber das traut mich darauf eingehen, guckt es rein, ich werde es am Ende hier oben verlinken, das Livestream verlustig ich werde jetzt heute mal die Karriere einspielen Karriere äh das ist diese drei Stunden, ach komm, wir werden mal weiter stehen ich mach mal neun das ist ja neuer Farmer bei nötigen einfach ich bin einfach neu in dieser Weich wir wollen mal gucken Willkommen wie nehm der Loring die Karte macht, mal was anderes so wird das ja nicht besser sein oder schlechter ist noch ne andere Tate mehr auch nicht ja, willkommen liebe Vögel ist ja ein Fahnen gesondert, heute dürfen meine Vögel auch nicht fehlen das gibt den Kick eine Rundung da hat er nicht nur daneben statt dabei auch mit drin ja ich hab hier ein Ladebittschirm das ist toll der Lädt aber ist nicht so dramatisch ich könnte es überspringen ich könnte es cuten ne früher war der Start geht doch ja das ist reiß' aus ist so gut aus du kommst zu Landwirtschaftsmonator möchtest du jetzt eine kurze zu beginnen ja klar da mit deiner Klinken am Rand seine Fäde steht ein großer grüner Mehlraschel geh ich immer wieder unberuhlert aus nein ist das meine Wohnung sag ich doch dass ich schlagen konnte das ist ja geiler Sound da hhhh town alles der das ist na die die ich sehe gerade so was das Team bow das ich betrumpen sä burg das habe ich mir sehr gewundert wo das haus ist gehen kann weil ich nie ausgesehen ausgehen gehen kann hier ja so jetzt links kleiner freund ist eine der fäder bei sich zu finden jetzt darauf sagen Also das Weizen ist praktischer Weizen. Aber da kann das geerntet werden. Es wird Zeit, dich am Store des Milchrohers zu schwingen. Also gut, hängen wir den Schönewerk an der Maschine direkt von der Maschine. Okay, fahr jetzt den Wetterer aus und schalte die anderen an. Oh. Okay. Sieht echt geil aus. Und ich kacke es hinten raus. Haha. Es wird gekackert. Schon nice. Das ist ganz gut. Normalerweise gibt es dann unzählige Dinge zu erledigen, weshalb es sinnvoll ist, den Helfer einzustellen. Der Helfer wird sich aber jetzt um die Abo kümmern, bis er fertig ist, oder die Getralltank, äh, Schiff voll ist. Du kannst dich jetzt um die Angelegenheiten kümmern, oder? Lassen wir die Weizenkarten nicht mehr rein. Ja. Na schön fleißig. Das, das kann ich eigentlich schon. Das kann eigentlich jeder. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Ja. Ja. Das sieht so nice aus. Ich weiß aber richtig. Gut gemacht. Freifummeln. Ja. Stell dir die Helfer ein. Ja. Jetzt wechseln wir direkt in einen anderen Traktor. Mit dem. Du. Tab. Du Motor. Gut. Wirklich. Du. Hier. Das ist ja nicht so. Hier. Okay. Du. Gehen über Ruperts Felder sind bereits besät und werdet, sonst benötest du eine Damenmaschine. die wehmaschine die du gerade angehängt hast ist bereits gefüllt wenn du dir das sagen ausgeben musst du es mit säcken auffüllen du kannst die beim händler haupt ist zu sehen der august der august kannst du reitest raps anpflanzen wenn ich das sagen muss ja wohl weg sind jetzt bitte angezeigt wird dreimal die raps gewählt das ist keine kleine gelbe blume die lenke danach eine blume eine blume dann soll ich jetzt lenken in meinem fau ausklappen wohnen ist ein gewicht mal ist richtig gut aus klasse aus mark kannst du später weitermachen oder einer helfer einstellen der arbeit die wechsel jetzt der tanktrascher voll ist oder auch vorher kannst du den geärten weizen an der anhänger abladen springen in den traktor und gruppe links nehmen wir in der andere stelle bis der auch gleich holt ist das plan ist kippers dann wird der krank wurde raus so ist der weitermal dann links das recht links will also links neben dem fahrer Es soll... Quick-Up-Hung öffnen... ... hab ich... Oh nö ne... ... ... ... ... ... ... Oh, das ist eine Steuerung. ... 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